Hallo und willkommen hier beim nächsten Part, Let's Play Portal 2. Mit mir ist Sandy4338. Was sollen das jetzt hier bedeuten? Sonnenstrahlen, Felder, Energie. Ah, und durch diese Sonnenenergie macht man diese blauen Dinger, oder wie jetzt dann? Okay, ist gut, so. Hier ist auch noch eine Schreie. Okay, Kammer 11. Kann man sich da jetzt reinstellen? Man kann sogar drauf gehen, stellt euch das vor. Es ist ein Laufband. Naja, was dich nicht bewegt, aber egal. Gleich. Schau mal noch kurz. Nicht brechen, danke. Giftbrühe, okay. Ein Knopf, eine Tür und ein Würfel. Wer in einer anderen Theke fragt, ob das ganz normales Wasser ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, schau das an. Das sieht aus wie Gift. Das grüne Aufsteigende da. Aber trotzdem. Ah, das war der Typ vorher, der die Platte hingegeben hat, wo ich mich so erschreckt habe. Und ich glaube, da kommt gleich ein Fan. Das war's. Das war in Wirklichkeit er. Und er ist da, er... Ist... Er ist da in den Schienen gefesselt. Sing my eyes. Ise. Ich würde immer noch gern wissen, wer das gezeichnet hat. Wann das andere Tester wirkte, oder... Ich weiß es auch nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ähm, egal. Gut, was machen wir? Sollten wir uns mal diesen Knopf daran holen, oder nicht? Achso, okay. Ja, wir hätten noch gleich so drüber gehen können, aber... Das finde ich auch irgendwie cool. Ja, eine Brücke. Hm, gut. Dann sehen wir mal, was... Wo ist denn jetzt dieser? Wo ist denn jetzt dieser Würfel-Ding? Hm. Unterfelder. Das bringt sich mir aber nicht wirklich viel. Da fallen da jetzt die ganze Zeit Würfel rein. Was für eine Verschwendung. Okay. Ne, das bringt sich mir wirklich überhaupt gar nicht viel. Was soll ich ihn da jetzt machen am besten? Außer nix. Was gedenke ich zu tun? Ne, mal ganz anders. Als erstes schauen wir uns einmal das Grund dieser Seite her. Da ist ein Gang hinein. Und es ist wohl gut, wenn wir diesen Gang nützen. Und uns hier das Blau-Portal machen. Okay. Wie mache ich denn das jetzt? Ich meine, wenn ich jetzt hier das Blau-Portal mache. Ah, Mist. Das Blaue. Ich habe jetzt gerade das Horizont gemacht. Ich verwechsel das hier immer wieder. Ich weiß nicht, was los ist. Was soll ich denn tun? Ich muss wohl das irgendwie einbilden. Also ich meine jetzt einprägen. Entschuldige, einprägen. Also, nochmal. Hier braucht man kein Portal. Hier ist das Orangene. Und hier macht man das Blaue. Dann gehen wir da mal so durch. Und machen. Hier einmal der Blaue ist es. So, das ist es. Lass dich fallen. Ist doch egal. Das weiß ich verdammt. Das Ding hat die Zeit. Ich falle ja mit einer Geschwindigkeit. So. Wir haben einen Würfel gerettet. So. Wohin als nächstes? Geht das? Ja, das geht schon. Hm. So. Gut. Das Blaue Partei. Machen wir jetzt am besten hierher, oder? Hm. So. Gut. Dann machen wir es uns hierher. Gehen wir mal ganz drüber. Cool. Sehr gut. Du bist ein Jäger und die Tests sind deine Beute. Ich habe mich übrigens für einen neuen Test über Haie informiert. Kennst du noch andere Geschöpfe, die sogar die Leute umbringen, die ihnen helfen möchten? Dachtest du Haie? Falsch. Die richtige Antwort heißt niemand. Niemand außer dir ist so sinnlos grausam. Nee, das stimmt nicht. Du bist noch grausamer. Ist das ein Ei? Uh. Gott sei Dank. Fährt das weg. Verstehe. Vor uns macht also ein Ei das Test. Und dann... Also den Test. Sondern ja, das Test. Was ist jetzt los? Also ein Ei macht vor uns den Test. Und nachher kommen dann wir und machen... Obwohl das Ei ist jetzt gerade nach oben gefahren. Ich weiß ja nicht. Warum man die Eier mit dem Aufzug fahren lässt. Also... Ob die gehen können. Gute Neuigkeiten. Ich weiß jetzt, was ich mit dem Geld mache, das ich beim Recycling deiner Luft spare. Wenn du stirbst, laminiere ich dein Skelett und stelle es aus. So können noch viele Generationen nach dir lernen, wie man deinen unvorteilhaften Knochenbau vermeidet. Also muss das wirklich sein? Ich meine, hallo. Wirklich, Leute. Also. Von diesem Roboter würde ich nicht lernen. Aber okay, gut. Das war Let's Play Portal 2. Ich bin die Sandy4338. Und bis zum nächsten Part. Bis bald. Bis bald.